Pegida, das ist ein ganz buntes Bild. Da marschieren auch viele besorgte Bürgerinnen und Bürger mit, die keine in der Wolle gefärbten Rechtsradikalen sind. Wenn jetzt pauschal behauptet wird, das sind alles Nazis in Nadelstreifen, jeder Demonstrant ist eine Schande für Deutschland, dann werden wir den Menschen ihre Sorgen, ihre Ängste nicht nehmen können. Umso wichtiger ist es, dass wir den Demonstrationsteilnehmern sagen, schaut euch doch mal an, wer die Veranstalter sind. Und es muss euch doch zu denken geben, dass Rechtsradikale, dass Neonazis gezielt zu diesen Demonstrationen gehen, sich in das Demonstrationsgeschehen einreihen, weil sie glauben, auf diese Weise sich in der Mitte der Gesellschaft verankern zu können. Deswegen, jeder, der nichts mit Extremismus am Hut hat, sollte sagen, mit Rechtsradikalen, mit Neonazis, keine gemeinsame Sache, wir gehen mit euch keinen Meter.